So, spielen wir bis die Pizza kommt. Ich denke, die Wachen werden mich jetzt nicht angreifen, weil wir ja Doktor Kronenberg helfen. Igor, großartig an Sporting-Things. Was ist da? Los geht's! Wie du willst! Hm, Gegengewicht. Come on! Let's go! Um, we're going, right? Of course! Die Heizkette wird doch eh am Ende. Irgendwie... Im allerletzten Stuhl sein, im Zimmer des Majors. So, deswegen kann man nur mit einer Brechstange aufmachen. Ja. Da wir noch sehen können, dass die hier, äh, Leichen verbrennt. We all go now. Der Major. Now, lesser men and women. Vielleicht kommt ja auch gleich die Dame und sagt, äh, jetzt kann ich meine Armee von Zombies endlich bauen. Und... Nein. Let's go! I have arrived. We're moving? We're moving. Du kannst bestimmt nach 10 Tagen auch wiederkommen und dann hat die sich verwandelt und bringt dich um. Oder beziehungsweise... Ist ein Super-Zombie. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Ähm... I don't... Oh, jetzt hat sich doch verwandelt. Es sind doch länger als 10 Tage gewesen. Was ist eine Kacke, ey. Alles nur, weil ich noch die Mine eingenommen habe. So... Um, Michael here. A simple shot. You forgot to duck, Buckhead. I guess. Pretty good odds. I think. Mhm. Infizierter in Panik. Ja. We... What? Ready for... Du hinselben Scheiß wie die ganze Zeit schon. Ah. Moment mal. Ja. Von den Autosafes her komme ich nicht zu einer Position, wo ich dir noch helfen kann. Hm. Ah. I go. Undolvich honor. All these walking balls, man. Um... I don't need your excuses. I need a transfusion. Hm. Gah. This is all your fault. Huh? Yes? Target locked. Ready for action. Ready to shoot. The enemy is cold. I think I can... You know... Get him. We are all great heroes here. Medals for all. I will wait for the puny enemies to make their little moves. You will pay for that. Plus stolz. That'll leave a bruise. Ready. Ready to shoot. Igor, I make uncle if I'm proud with this shot. Haha. All evil has been lifted and separated. Haha. Come on. Ja. Sure. We'll get there. Doof gelaufen. Wie immer halt. It's all great, buddy. I think you were my friends. What's that? I don't know the idiot. I have no idea what's going on. Just a big deal. If there are so many people. You may have the two things. And I will not know where I've done it. Wenn ich jetzt nach oben gehe, greift mich jetzt die Wachen an. Nö. Sind alle auch weiterhin noch cool drauf. Äh, ja, der Doktor, dem geht's auch gut. Let's go for a walk. Major! Les Messines have killed Dr. Cronenberg! Good. That lady was all kinds of creepy. But she was working on a cure for red rabies. And? Without a cure, we are all doomed to become walking corpses who kill without thought. Well, I guess I have to be the one to break it to you. Und Behandlung in dem Krankenhaus, ey. Good. This task will be easy for the brave. I hope this task will be a good workout. My contract is over. My contract is over. I am finished. If you need me, I'll be oiling my chest. Also, ich weiß nicht, wie es sein wird mit den anderen. Äh, also mit der Diamant-Mini unten, aber die anderen beiden sind halt irgendwann leer gegangen. Ich hoffe, das task bringt Glück zu der Dolvitz-Familie. Und zwar mit dem Heimischen. Hmm. Hm. Du weißt, Igor ist ein großer... ein großartiger Söldner. Meine Aufgabe ist fertig. Ich nehme jetzt eine notwendige Null-Brecke. Okay, ihr geht da unten hin und wir können mal eben den Legionsposten übernehmen. Dann haben wir auch keine Angriffe mehr nach da unten. Danke, Killer, für deinen Stufe 1... äh, nicht für deinen Stufe 1-Sub, sondern für deinen Prime-Sub. Hm, 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 hm. Juhu. Auch ein neues Brecheisen. Ja, okay. Warum steht ein Radio? Ja, okay. Das ist sinnvoll, nicht wahr? Entra... Ja! Ähm, wir gehen, nicht wahr? weiter sache nicht meckern weiter sagt komm her kriegt der Pizzarand und kriegt danach hier ein Bollo ja umso oller umso doller ich weiß Hund was Zynismusvorteil benötigt aber bestimmt nicht so was danke Thomas für den Prime Sub um also mein Hund verträgt alles was er zu essen bekommt in der Regel auf die Menge kommt es darauf an na ok es gibt Sachen die vertragen Hunde überhaupt nicht aber ähm Pizzateig überleben die noch vielleicht das noch plindern kann habe ich das entweder vergessen oder wir waren hier nicht Schokolade kann Hund nicht bearbeiten da fehlt ein Enzym zum Aufsplitten genauso ist Alkohol für Runde ganz schlecht weil die auch Alkohol nicht ähm nicht abbauen können oder beziehungsweise super langsam abbauen können also ist Alkohol besonders giftig für Runde ja vorne verschlossen hinten offen ähm ja schön kann ich für euch arbeiten also wem was gehört bestimmen erstmal meine Hände schön war einfach eine Tretmine auf der Brücke gut gut ähm nicht gut auf ich Dauert nur 10 Stunden. Hmm... Es gibt versteckte Söldner, die du rekrutieren kannst. Du musst sie nur rechtzeitig erreichen. Hmm... Die Gäste sind nicht da. Die Gäste sind nicht da. Die Gäste sind nicht da. Das Boot, was wir vor vier Wochen losgeschickt haben, ist endlich angekommen, um das Lager zu treffen. Vielleicht da nicht an Land gehen, da sind direkt Patrouillen. So, und jetzt hat der Hund sich einfach ein Wohnzimmer auf den Boden gelegt. Ich bin einfach irritiert bei dem manchmal. Tja. Kann schon mal passieren. Er hat aber nicht geschossen. Guten Abend, Kanwar. Holen dir den Diamantenkoffer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute alarmiert sind. D'accord. Ready to, um, do stuff. Ich weiß nicht. 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 Gute Position! Habe einen guten Schuss! Das sollte es tun. Mein Schaf ist nicht ein Magi-Warnier. Ihr werdet bei diesen Schafen und Hühnen! Bereit zu schießen! Unser älterer Hunde werden, umso merkwürdiger. Ach shit, hätte ich mal einen sicheren Schuss gemacht. Nicht jeder ist geboren zu den Hühnen, wie ich bin. Ich habe hier eine Sicht zu einem Kiel. Ich bin hier. Ich werde zurückkriegen, um diesen Hühnen für einen Trophen zu schießen. Ja? Der Schuss ist lockt. Ich habe keinen guten Schuss. Bereit zu schießen. Ja, sieben Jahre. Er hatte letztens Geburtstag gehabt. Vor zwei Wochen. Ja! Ja! M.D. present! Ready for action! Hm? Was? Ich weiß noch, als er ein Welpe war. Ja, ich auch. Wie schnell die Zeit vergangen ist, ey. Shoot! Drive those Boriners back where they came from! Schieß ruhig weiter daneben. Schieß ruhig weiter daneben. Was? Alle verfehlt. Und genau so soll es auch sein. Und genau so soll es auch sein. Was? Nur noch arme Säue. Hm. Die stehen da alle im Scheinwerferlicht. Gute Nachtszenaum. Schlaf gut. Gute Nachtszenaum. Schlaf gut. Dein Gott. Das muss sich schaukeln. Ja, okay. Das wird sich vor mir fallen. Ja, okay. Ich bin mit dir! Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Zwei Gegner sind noch da. Ich denke mal, der Sniper von denen wird auf dem Wachposten rum drauf hocken. Ich sollte jetzt raus arbeiten. Was? Galena ist hier. Oh, es fehlt ja noch einer. Moving. Ich muss mal ein bisschen meine Schulter bewegen. Noch ein bisschen Entspannung. Pas ein Problem. Ich gehe jetzt. Ich glaube. Ich gehe jetzt. Ich gehe. Moving to position. Glaub ich gerade hier hoch, weil das wird ja angegeben als hohe Position. Weil sehen wir ja einen von hier aus. Ach, er ist doch nicht auf dem Turm. Ja, okay. Ja, okay. Sehr gut, Kalina. Ready for action. Und Momi Gondarski sendet eine Blödsinn von mir ab. Da gibt es ein paar Sachen. Klar. Ich habe am Anfang einen viel zu geringen Fokus gemacht da auf die Festungen zu erober, weil da kommen ja die Angriffe her. Jetzt habe ich auch am Anfang immer so viele Sachen verloren wieder. An sich ist der Fokus Festungen, dann Diamantenmine besser. Let's go. Let us look at that. Ah. I should be working out. Michael hier. Ready to, um, do stuff. Ah. Vodka will help better. Oh, da oben ist einer der Stühle. Ja, okay. Und dass es hier eine Notification gibt, jetzt. Let us get this Safari Movie. MD present. Oh, ist keine Kette drin. Ready to, um, do stuff. Sure. Jetzt dürft ihr alle wieder runterkrabbeln. D'accord. I wonder what this is. Let's move. We all go now. Let's go. Follow Igor. Alright. Huh? Now lesser men and women will not have to worry about this. F and fall. Toll. Ich, ich dann... Hatte ich nicht schon mal so eine? Genau. Hmm. Wird oft als rechter Arm der freien Welt beschrieben und verbreitet pure Demokratie in Feuerstößen. Ich liebe diese Waffe. Sagt Kannwar. Ich liebe diese Waffe. Sagt Kannwar. Komm, kriegst du mal einen Granatwerfer hier dran? Wir haben über 500 Teile, ich muss die auch mal verbrauchen. Ach, der kann zwei Beinen und für den Spezimilmeter-Granatenwerfer dran haben. Krass. Das geht auf anderen Waffen nämlich nicht, diese Kombi. Deswegen liebt Kahnbo die Waffe. 52 Maximalschaden. Igor Dolvich, bereit! Let's move! Ich habe gelernt, was du denkst, Klawney. Zeit für eine Studie-Brecke! Ich brauche nur einen Tag und sieben Stunden, um da anzukommen. Ihr werdet auch nicht so geblockiert. Also mit jemandem wie Steroid, der halt einfach nicht so der Schnellste ist. Da kommen die ein bisschen besser durchs Gelände mit zwei Leuten. Ah, ich fühle mich wieder stark. Ich weiß, die Mini ist nichts mehr wert. Aber mich stört es trotzdem, dass die Legion da drin ist. Ähm, Michael hier. Magst du die auch nicht auch modden? Hab ich die nicht komplett schon durchgemoddet? Ne, nicht beide. Was? Zielbonus von neun? Ach, die kann auch den Granatwerfer-Gleitzer her. Ah ne, dann fällt der Unterlauf weg. Bei 40mm HE-Granaten habe ich gar nicht. Danke, dass du das auch geupgradet hast. Gerne. Ja. 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 Das sind zwei Raketenträger, Moment. Das hat keiner gesehen. Das ist ein Safari-Movie. Hast du Ordnung? Ja? Hier, du hast einen guten Schuss. Die Vorredner sind hier! Zwei Arme! Äh, der hat doch einfach nur, äh, Herzprobleme gehabt. Ähm, Kalina ist hier. Bereit zu schießen. Über dieser Unsinn, dass sie denken, das hat was mit Tod zu tun, nur weil Blut plötzlich aus dem Kopf von jemandem spritzt. Gehen! Bereit zu schießen! Ja, komm! Bereit! Aktion! Kein Problem! Hier ist ein paar Loot. Endlich mal wieder ein paar neue Raketen für uns. Gibt es eine Spieloption für Monster und Aliens? Äh, bis jetzt nicht, dass ich wüsste. Lass uns diesen Safari-Movie bekommen. Oh, wir können mal gucken. Ja, ich weiß. Das werden die letzten drei sein, die es hier im Gebiet gibt. Schlafen gelegt. Schlafen gelegt. Possible. Schlafen sich gut an der Report. 10 von euch werden mehr für alle von uns! Man muss halt gucken, was, äh... Ich weiß nicht, was in Zukunft geplant ist. Für den Fan-Scheiß. Okay. Schau. Wir müssen einfach mal gucken. Auch wenn die, äh, wenn die Modding-Tools freigegeben sind. Die sind guter Alkohol! Schlafen Leute, da oben! Wir sollten einige Stretchen machen, bevor der Combat. Nach da oben. Ich werde versuchen, zu hidden bleiben. Kein Problem. Es ist eine Schade, dass sie mich nicht sehen werden können. Ich werde sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad fallen. So wie im Titel geschrieben. Okay. Aber ich sehe nicht, wie sie meine großartige Physik sehen werden. Ich habe dir gesagt, ich bin großartig. Ich habe dir gesagt, ich bin großartig. Ich habe mich gerade nicht irritieren lassen. Wir sind gerade, ähm, ein paar alte Gebiete am Abgrasen kurz. Das ganze Team ist absolut tödlich. So, ihr seid da, um die Miliz auszubilden. Vieles ist da oben aber auch nicht drin wieder, dass sie das zurückgeobert haben. Hund hat sie unter dem Wohnzimmertisch gelegt. Jetzt. Teppich war ihm zu doof. Ach, hier war ja Larry. Wir können Larry das Zeug geben und dann kannst du ihn bestimmt rekrutieren. Dann haben wir einen neuen Sprengmeister. Jedenfalls ein Sprengmeister, der anderen beibringen kann, Sprengmeister zu werden. Vertraue Larry nicht so sehr. Ja. Be quiet now. When I was lethal, I would hide from everyone. I will try to remain hidden. Trying to be quiet. Ja. Ja. As silent as a spirit in the woods. No problem. You heard about that little shit, Pierre? The Major promoted him to a Shuffle Boy in Diamond Red. Really? Dammit. I'm signing up for a shift there. I'll show mister I'm too good for you exactly what he's good for. Good luck with that. There is already a weightiness of 60-something. Me included. Oh, I have good shop for stealth kill. The Faurinas are here. Do arms! Why sneak up? Plup. Plup. I knew it. No quest is a match for great heroes like us. When I was little, I would hide from everyone. Come on. Oh. I managed to sneak up on someone. Good odds. I believe. Stand resolutes! Decent chance given they don't see me. Ah, schade. Hat seine zwei Kills nicht geschafft, die Runde. As silent as a spirit in the woods. I will fall on them like a tree in the forest. Oh, no! Aiming. If they win you hold steady, this will work. Ich renne über das halbe Feld und kann auch schießen. Was gibt es, wenn man die Aufgabe erfüllt? AP für die Merc? Ich bin da nicht 100% sicher, weil... Wir haben einen E-Mail bekommen, dass... Also die Mercs werden zufrieden dadurch, wenn wir deine Aufgaben erfüllen. Also die Grundmoral wird erhöht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber du kriegst auch von AIM Nachrichten, dass du irgendwelche Boni bekommen würdest. So Larry, wir haben deine Medizin. Hier, nimm dieses Meta-Viron. Ist das alles? Die eigentliche Scheiße? Oh Mann, ich will nicht mehr wissen, was oder wer du das tun musst, um das zu bekommen. Hier, hilf mir, einen Vane. Oh, wow. Schau an alle die Trätenmarken. Wie bist du nicht tot? Ja, um, ich glaube, ich bin mit Biff's Team in Pantagruel. Dann haben wir die Diamond Redmine. Ich erinnere alles. Es war großartig. Haha, das ist wie ich fühle, nach dem ersten Vodka-Shot in der Morgen. Ich fühle mich so lebend, Mann. Das Scheiße ist der Scheiße. Ich muss noch mehr finden. Kann ich mit euch mitbekommen? Äh, geh nach Hause. Wir hatten einen Deal mit diesen Kommunisten, den McKee. Sie sagten, sie würden uns die Diamond Redmine aus der Legion nehmen und Biff war all für sie. Es war so, dass es ein Hörscher war. Sie lassen uns in eine Trap. Er guckt am liebsten über übrigens Nesca Racing. Es war fortified als hell, und die Legion hat uns von hinterher. Biff yelled, Retreat, aber mein Kopf war all blöhrig, und ich bin irgendwie nach dem敵en. Es war ein episch Kampf, mit pinken Unicorns und Laserraptors. Nein, warte, nicht Unicorns. Ich glaube, es war Elefanten. Und dann Legion hat mich gefragt, und ich habe alles, was ich wusste. Also, ich habe ihn ein bisschen confused, eigentlich. Pink Elefanten. Sehr gefährlich. Anyway, ich war bereits zu der Brim, wenn sie versucht, ein Truth Serum zu machen, und BOOM! Goodbye, Blue Sky. Es war toll, aber. Let's go, Mann! Ich habe ein Schwer zu machen, mit diesen Legion, Leute. Ich bin bereit für sie, wie ein riesiger, 10-Tentackel-Robot, mit Rhein-Bow-Maschinen-Gunst auf dem Feuer. Es ist gut, dass ich noch eine andere Hand habe, sogar kleine, wie es ist. Kleine Hand machen schnell, oder? Oder etwas? Hey, Steroid. Hast du noch, um, Vitamins auf dich? Hm? 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 So, Larry ist ein 92er Sprengmeister. Richtiges Tier. No! Ted ist mein persönlicher, finanzieller Advisor. Ich würde mich ohne ihn verloren. Hm? 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 So, wir müssen mal ganz kurz anpassen. Imperator, geh jetzt mal kurz zu Larry rüber, dann kann er dich trainieren. Kann Larry eigentlich irgendwas anderes noch? Der kann schlecht treffen. Und, ja, der kann nur sprengen. Und, ach, medizinisch ist er auch noch ganz gut. Nicht was. Ich bin nicht verstanden! Nichts. Ich war's. Ich war's. Du bist die Erziemann. Und gehe ich in den nur zwei Schrengmeister. Wie war's? Ich war's. Die Baton war's. Ich war's. Das war's. Das war's. Und, ich war's. Und, ich war's. An enlightenment. Wir haben wieder automatisch Munition komplett auf, also es wird 50-50 gemacht, eine neue Truppe wird aufgemacht und Munition wird 50-50 geteilt, aber das willst du ja gar nicht. Aber obwohl die in unterschiedlichen Teams sind, können die übergreifend trainieren. Ich werde jetzt eine Mandatoren-Meal-Break machen. Ich denke, wir können das mehr effektiv in Koste machen. Ich glaube, all diese Budget-Meetingen sind endlich bezahlt. Das war schon ewig her. Das war nicht, das war nicht der Legion, Charter. Ich wollte... Komm schon, sagen Sie es. Sie wollten die Legion zu sein, wenn Sie mich zu kreieren. Right? Du wiserer Bisoff! Mercenaries, hör auf mich. Ich kann alles erklären. Meet mich in der Refugee Camp so schnell wie du kannst. Santiago, aus! Hey! Neat! Ich lerne heute etwas Neues. Glückwunsch als treuer und geschätzter AIM Partner gewähren wir dir den exklusiven Zugriff auf AIM Gold. Du kannst unsere besten Söldner ohne weitere Kosten kontaktieren. Wie zum Beispiel Shadow. Ich bin Reaper. Ich habe eine sehr spezielle... Sieht aus wie ein Werwolf, Reaper. Sieht aus wie ein Werwolf, Reaper. Ich habe eine sehr spezielle Projekte. Sieht aus wie ein Werwolf. Ich habe eine sehr spezielle Projekte! Sieht aus wie ein Werwolf. Sieht aus wie ein Werwolf. Das war das verlassene Anweser, da müssen wir auch noch rein. Das war das mit den Geistern. Gut, ihr habt dabei niemanden verloren, so sollte es auch sein. Es gibt Dinge, die zu nehmen. Das ist eine Heilung. Wir gehen. Wir haben Schätze für dich. Was hast du gefunden? Hast du in Port Kakao müssen wir dann reingehen? Wir haben Schätze für dich. Was? In ihrer eigenen Weise? A Tablet mit einer ähnlichen Formen von Schreiben. Warum? Diese Eroglyphs muss nachdem bis zu 2000 P.C.E. Kannst du mir vorstellen, was meine Ancestors' Leben war damals? Ja. Sie schraubten. Sie ate. Sie slept. Ah, das war gut. Wie wollen wir die Milizien entsenden? Moment, erstmal tschüss. Und lass uns doch versuchen, hier den Gouverneur zu überreden. Ah ne, pass auf, der war vielleicht auch in dem Stadtgebiet. Ich habe das falsch gelesen. Gehen. Gehen. Na gut, vielleicht, weil wir jetzt das schon mit den Gegenständen gemacht haben, müssen wir nicht mehr den Gouverneur dazu überreden, das Museum zu unterstützen. Lass uns schnell gehen. Kein Gehen. Hast du was gelernt? Great. Toll. Wir laufen von hier aus Miliztruppen dahin. Toll. We're on the move! Nothing cared, Lovny. We go! We go to therainess. Hello. Toll. tôi IstTRASETUS into an Mais a new position. Alternative sector. During the limyings 장irsiniz Iss. I think we are doing this more effectively and cut costs. I guess all those budget meetings finally paid off. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht haben wir alle Sörtner in einem Fleck. Dann machen wir eine Komplettschulung für alle. Das sind zwei Tage. Moment, das machen wir dann doch was anderes. Ping, 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 ping. Ping, ich habe keine Ahnung von Sprengstoff. Plopp, plopp, plopp. Ich weiß das nicht, da ist hinten am Wassergrab. Keine Ahnung, wie viel der Angriff das jetzt schon war. Die wollen meine Diamantenmine da zurückerobern. Dr. Puff hat nur einen Sprengstoff erhalten. MD hat 18 Sprengstoff gelernt. Verbrechtung. Doppelung des ZDF, 2020 Begründung des ZDF, 2020 Probe. Verbrechtung des ZDF, 2020 Begründung des ZDF, 2020 Ausgleichsburg des ZDF, 2020 Verbrechtung des ZDF, 2020 Verbrechtung des ZDF, 2020 Verbrechtung des ZDF, 2020 Ach, wir lassen das normale Dream Team weiterlaufen. Ihr könnt ruhig Larry mitnehmen. Squad Alpha. Squad Alpha. Ich kann also unser anderer Sprengmeister mitnehmen. Squad Alpha. Squad Alpha. Squad Alpha. Bei der Entnahme der Probe wurden keine Fledermäuse verletzt mit Anspielung auf Covid. Die Reine sind die Ere, die die Räume verletzt. Die Reine sind die Ere. Die Reine sind die Ere. Das braucht ihr auch nicht. Äh, plötzlich darf ich Sachen nicht mehr trennen. Also zum anderen Team rüber geben zum Beispiel. Achso, weil die so viel Standard-Mudition haben. Also die 9mm Standard. Haben sie echt nehmig gelöst mit den Rucksäcken. Beim Austausch zwischen Teams. Da merkst du einfach. Okay, Tropikerentwickel haben noch nie was damit zu tun gehabt, irgendwelche Inventare zu bauen. Hinterface der Hölle. Wobei es könnte schlimmer sein. Der Mörser kann nicht aufgefüllt werden. Uns fehlen Geschosse dafür. Das sind die 3 Schuss die wir benutzt haben. sind alle noch fit oder? Mörk hat Teil seiner Aussage aus dem Pantagru zurückgelassen. Wir können das benutzen. Der Geist wird mich nicht sehen. Ich schiebe in Haltung. Ähm, ruhig? Wie das? Okay, this is how I approach the key. Yes? Moving. Guten Abend, Fox. Toll, hohe Position und du siehst von hier aus gar kein Gegner. Sag mir mal, was dein Plan sein soll, wo du hin willst. Ah, mein Gott. Soll ich dich? Oh, ich habe tatsächlich geschafft auf jemanden. Ich werde versuchen, zu bleiben. Gute odds, glaube ich. Hm. Dort ist eine im Job. Oh, das ist einer von den Stöhnen, die wir suchen. Hm. Wee! Ich werde sie auf sie wie ein Baum in der Bäume. Natürlich. Ich habe mir gedacht, dass sie jetzt kommen. Warum sollte der Livewire-Hack nicht funktionieren? Also von der Söldnerin. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das ist ihre spezielle Fähigkeit. Also ich wüsste keinen Grund, warum das nicht geht. Ich habe sie jetzt nicht genommen in dem Durchlauf, weil ich die Fähigkeit von Kalina besser fand. Was? Fahne. Und es funktioniert nur in Sektoren, wo du die Informationen hast vom Sektor. Ansonsten kann Livewire nicht die Gegner aufdecken. Oder Limewire. Ja. Ich werde sie auf sie fallen, wie ein Baum in der Bäume. Boah. Entschuldigung. Mir tut der Rücken ein bisschen weg. Ich bin... Ich meine, das ist nicht böse. Das ist auch, wenn sie sich ein bisschen energischer angehört hat. Ich habe einen guten Schuss für Stilte-Kill. Hm, ein schöner... Ein schönes Laken. Man will spot Igor! Discretel prix ist, unerwähl. Hopefully, den Rest des Herd nicht mehr sind. Ich bin ein Blasier! Ich bin ein Blasier! Sehr schön. Ist der Konflikt gelöst oder gibt es noch Feinde? Anscheinend gibt es noch Feinde. Wie viele noch? Drei Sniper, zwei keine Ahnung mehr was das ist und ein Maradeur. Können uns mal eben noch über die Kölnmesser aufregen. Die wir ihre Akkreditionen, Richtlinien wohl verändert haben, aber keinen informieren darüber. Weil meine Akkredierung nicht angenommen wurde, obwohl ich mehr, also größer und mehr habe als im letzten Jahr, weil ich mich akkrediert habe. Dann dieses Jahr, nö reicht nicht. Denkst du ja auch so. Hä? Aber ganz viele werden zur Zeit abgelehnt wieder, weil Kölnmesser einfach ein bisschen Banane ist, immer. Ich schloss die Eier und fragt, komm. Ich schloss die Eier und fragt, komm. Was? Target lockt. Die ist Grit Mow. 1624 Grit. Ich muss die restlichen holen. Und die restlichen sind nur noch die Sniper. Ich sollte sich ausarbeiten. Okay, sie gammeln irgendwo rum jetzt. M.D. present. Ich mache es. Haben früher für Presseausweise eine Schülerzeitung gegründet. Das ist richtig. Man muss dir sagen. So ein Unsinn geht ja heute immer noch. Bekannt. Ja. Bekannt. Ähm, Michael hier. Geilste ist, die haben eine Frage drin. Äh, in der Akkretierung. Was macht die Gamescom besonders mit deinem Besuch? Und denkst einfach nur so. Ich habe da wirklich geschrieben, ich habe keine Ahnung was ihr mit der Frage von mir wollt. Ich habe zwölf Termine bis jetzt auf der Gamescom. Ich bin da zum Arbeiten. So in etwa. Das fanden die wahrscheinlich nicht so gut. Vielleicht wurde deshalb eine Akkretierung abgelehnt. Wobei ich habe es ein bisschen freundlicher gesagt. Da ich natürlich meine Community vor Ort treffen werde. Bla, bla, bla und sowas. Yes, go. Hey, give no guarantee from this location. I am on the power. Diskretement. Ich habe den Vilein in meinen Augen. Diese Art von Beginnern, zu sagen. Oh, fuck! Ich habe den Vilein in meinen Augen. Das war ziemlich gut für eine Mädchen. Du solltest dich stolz sein. Ich sollte sich ausarbeiten. Nein, ich habe niemanden beleidigt von Köln Messe. Aber wenn die Gamescom irgendwann mal nicht mehr ist, dann hat das nichts damit zu tun, dass keiner diese Messe besucht. Das ist einfach, weil Köln Messe sich ins Hauptsatz gedribbelt hat. Yes. Oh. Come on. No problem. This is how I approached the king. Understood. Die Aussteller und so sind sich immer so am beschweren wegen der Messe selbst. Also wegen der Verwaltung von der Messe. Blankebue! Yes? Siehst du ja auch, wie viele dieses Jahr wegbleiben. Bei THQ wird wahrscheinlich jetzt nicht noch Last Minute sagen, wir kommen jetzt doch noch zur Messe. Sie sollten es machen. Ich habe versucht anzufangen bei THQ, ob die dieses Jahr da sind, aber habe keine Antwort darauf bekommen. Deshalb denke ich einfach mal, dass sie nicht da sein werden. Das war an sich, war die Stage vor dem letzten Jahr ganz gut. Sie haben viel Programm gemacht. Sie machen nur einen, ähm... Also bis jetzt ist nur bekannt, dass sie ein Preview-Event machen für ihr Line-Up. Irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor der Gamescom. Und dann halt online. Na, wo bleibt ihr Feinde? Uh-huh. 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 Michael hier. Going there? Uh, you mean right now? Ready for action. I do it. Ach, Leute. No problem. I am on the braue. I am downwind. They will not spend the coming. Yoo-hoo! What? Ready to shoot. Das war's. Yes? On my way. Kommt alle her! Der Feind ist tot! Is there good alcohol in here? Bringt die Kinder nach draußen. Es gibt Sachen einzusammeln. Noch mehr von diesen Kommandos. Ihr seid im falschen Franchise unterwegs. Oh, ich denke in. they are all black. I will never buy a place this summer and we are next. Oh, shit. He owns all those middle of wherever farms among other things. I'm sure he buried his money on one of them. Have you been to Lely's roof? Most of the girls are nice. Some are not nice but they smell good. Sure. Have you seen the Queen of Carnival? I do not know her name but I know she is one of my man Lilian's girls. C'est parti. I wonder what secrets this hiding is. Follow Igor. We're going, right? The end is night. They have released a zombie virus at the sanatorium. We're going to be a matter of time before the outside. We're going to be a matter of time. We're going to be a matter of time. We're going to be a matter of time. Hey. 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 We're going to be a matter of time. We're going to be a matter of time. Like, Dara's going to be a matter of time. So, something in between. Sure. We'll get there. Dame vom leichten Gewerbe. Shades Benehmen ist nicht erlaubt. Machst du Gladiatorenfilme? Lelis Rouge will welcome you with open arms. Time to party! However, make sure you don't start any trouble. We have enough already. If you ever hurt my darlings, I will pay someone to find and kill you. There will be no trouble, unless I start to feel itchy where there should be no itchy. Understand? It is a fine establishment for... Who am I kidding, it's a brothel. But at least it is clean and respectable and the girls are healthy. If I could say the same about our country, it'd be a much nicer place to live. Oh well, let's see. My dear Molly was kidnapped. The carnival celebrations are ruined. And the town is full of scumbags who think they can abuse my girls and get away with it. What will happen next? A plague of locusts? It is a fiesta of love and happiness here in Ponta Gruel. There is music, drinking, dancing in the streets. And then it always comes to its peak on the square in front of Lelis Rouge. We are the main sponsor of the event, darling. Sounds like fun. But this year's carnival ended up in chaos when Shemarenga started his stupid war with the Lujon. Why don't they stop with their games and make love instead? They seem to need it. A fine gentleman, that's what he is. A very clean and good-looking man. And what is more important, he is a good person. Any woman would fall for him. I know he likes me, but he wouldn't leave behind this foolish revolution of his and just settle down. Grand Chien doesn't need more wars. It needs people like him to rebuild it. No one hurts my girls. No one ever. No matter if you are Lujon or Marquis or the president of Grand Chien. You may never hit a girl. Yet there are some who did just that. I want them dead. So that everyone will learn what happens when you mistreat a lady. So I will... ...people who have a woman who are wrong. Here, I write them down for you. Make them all pay. And I'll pay you. Fair service for a fair price. And mutual respect. That is my deal for all of my customers. We may sell our bodies, but we never sold our human rights. Take care. On my way. Locked. Allons-y. D'accord. I think there is something here. We all go now. Let's move. Wait. Sure. We'll get there. New in town? Let me show you the sights. I don't think that we have to kill them here in this place. Damn. Something to help us on our quest perhaps? I've gone out of this area. As you wish. Not... ... ... ... ... ... ... Der Stuhl! Ja, da müssen wir auch noch ran. Wir haben euch das ganze Gebiet abgesucht nach Sachen. Weg! Das Auto explodiert noch. Wir sind auf unserer Weg! C'est parti. End. Boah, Sterogito macht mich hier manchmal fällig. Okay. Ach, scheiße, da kommen wir sogar nicht rein. Kein Problem. Na doch. Kannst du einen Umweg gehen, da musst du unten nicht die Fallen öffnen. Let's go for a walk. Na super. Hat er dennoch versucht, außen reinzukommen. Ja. Wir sind auf unserer Weg. Ich hoffe, es ist ein bisschen Protein-Powder hier. Das brauchen wir alles nicht. I, was ist das denn eine riesige Spinne? Ah! So, die Steroid-Brinne. Die Steroid-Spinne, die zu viel gepumpt hat, ist tot. Ich weiß, denn eigentlich nützt sie jetzt hier, aber wenn ich Spinnen erschrecken, töd ich die. Ansonsten lass ich die in Ruhe. Äh, Hilfe! Ich wusste gar nicht, dass die Dinger, das Feuer so ein bisschen spreaden kann. Ähm, wir gehen, oder? Ich hab mir Katzenserdner angeschafft für die Spinnenarbeit. Wurde, was da ein Hund, der... Weißt du, was mein Hund macht? Der stupst die Spinne mit der Nase an. Der ist genauso wie eine Ex-Freundin von mir früher. Da hat die gesagt, bring die Spinne um. Da hab ich gesagt, mach das selbst. Dann hat die eine Sandale geholt und hat die angestupst. Dann ist sie weggelaufen unter den Schrank. Dann hab ich gesagt, toll gemacht, jetzt muss ich mit der Spinne hier leben. Weil du nicht geschafft hast, die Platz zu machen. Ja, was für ne Nase. Seine Nase. Deshalb muss er ganz nah rangehen. Und dann lebt die Spinne aus seinem Kopf. Vom Hund. Ne, so ne harte Ex-Freundin hatte ich nie, die die Spinne mit der Nase angestupst hat. Was ist der doof? Was ist der doof? So, der hat da unten angekommen. Ähm. Dann schicke ich nämlich noch zwei Miliz zur Mine nach rechts. Das sind glaube ich nämlich anscheinend Instant Miliz-Truppen, die dann da auftauchen. Ja. 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 Dann schicke ich. Ja. 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 Da sind vier Miliz-Einheiten immer wieder okay. Dann sind die hier wieder voll. Ja. Order received. Übel Affen. Wir sind in einem neuen Sektor. Ich hoffe, dass es etwas gibt. Das ist kein neuer Sektor. Wir waren hier schon mal. Ja? Seid Igor. Das ist ein Sektor, wo wir nicht an die Mine kommen. Ähm. Wir gehen, richtig? Ja? Du solltest die große Miliz-Einheiten sehen. Ja. 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 Ich würde ja auch nicht einfach anfangen rumzuballern. Ja. 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 Und dann kriegst du auch noch eine Hose. so was wir jetzt gerade noch machen wo ich mich dann wahrscheinlich total dämlich anstelle weil einfach natürlich die spielweise an eine andere ist aber sind heute ein ganzes stück wieder weiter gekommen das wichtigste ist unsere minen geben genug ab damit wir unsere söldner bezahlen können plus minus null wobei die miene dahin wahrscheinlich sogar noch mehr abwerfen könnte so 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 so